Happy Birthday to you. Herzlichen Glückwunsch an alle Leute, die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei RetroGamble. Ich spiele auch mal wieder Mech Arena. Ich bin noch ein paar Minuten am Warten, 90 Minuten, dann kann ich anfangen mit FFA, also Webbewerb. Viel Spaß. Okay, die erste Runde geht los, also fürs Aufnehmen. Ich habe jetzt schon, glaube ich, keine Ahnung, wie viele Runden ich gespielt habe. Ich weiß es wirklich nicht. Es waren schon sehr viele Runden. Ich habe auch schon alle meine Quests fertig. Jetzt einmal schnell durchlaufen, killen. Oh, es killt mich hier. Okay. Mixed down von mir, killen. Ich glaube, jetzt komme ich auch nur mit starken Leuten hier in der... Warum habe ich den nicht gekriegt? Der war noch vor mir schon tot. So, so, so. Okay. Ich bin jetzt weiter zurück. Okay. Äh, die Runde werde ich verlieren. Das bringt nichts mehr hier. Aber wie wild hier rumfeuern. Zack, ein Kill. Ja, subi. Und wieder geklaut. Und wieder geklaut. Äh. Was? Und, 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 und. Ach, Mensch. Okay. Oh, schön. Doppelgeld. Warum sagt er das nicht mehr? Er hat doch damals immer gesprochen. Wurde das weggemacht? Haben sie das weggepatcht? Nein. Ach, nein. Das gibt's doch nicht. Okay. Nächster Kill. Ach, nein. Ach, nein. Ah, nee, 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 nee. Komm. Ein Kill muss ich doch noch holen. Ach. Das war's. Das war's. Ah, zwei Killz hätte ich noch holen müssen. Ah, ja. Schon ausgepaumt, schon so viel gespielt, deswegen. Aber jetzt kommt eine gute Runde. Bestimmt. Jetzt wird sie besser. Nee. Da sag ich mal, vierter Platz. Ist okay. Kann ich mitlegen. Aber eigentlich bin ich der fünfte, würde ich sagen, nach Punkten. Gut, dann geht's weiter. Bis gleich. Die zweite Runde geht los. Jetzt wird es auf jeden Fall viel besser werden. Erstes Blut. Uh, schön. Jetzt muss ich aber aufpassen, weil ich habe keine Energie mehr. Das war ein bisschen zu schnell gespielt. Ah, komm her. Nola, was soll denn das? Kannst du das denn machen? Okay. So, Rache. Einmal ringsherum geschossen. Oh, weih. Wah, supi. Ah, gestunnt. Gestunnt. Okay. Ach, nein. Schon wieder. Ich dachte, ich wäre weit genug weg. Der muss hier schnell sterben. Den kann ich hier nichts reißen. Zack. Los, schieß mich ab. Ich stehe hier mitte in den Raum. Los, schieß doch mich ab. Schneller. Endlich. Ob ich das noch schaffe? Ich brauche doch noch ein paar Kills. Ach, nein. Jetzt ist er. Äh. Okay. Fünf. Schon widerlich. Nein. Aber jetzt. 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 Die nächste Runde, die wird besser. Nächste Runde. Nächste Runde. Jetzt bin ich verdienter, vierter Platz. Gut. Also, let's go. Okay. Und die dritte Runde geht los. Die Runde scheint jetzt leichter zu sein. Glaube ich. Zack. Erstmal die Klinik. Oh. Oh. Okay. Dann können wir weiter. Zack, tack, 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 tack. Normalerweise ein bisschen stehen bleiben. Hier ist eigentlich scheiße zu stehen. Hier ist eigentlich scheiße zu stehen. Von hinten. Er hat mich von hinten erwischt. Schon glittert der. Nostow. Warte, 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 noch drei Sekunden. Nein. Ach, nee. Möchtet ihr gleich mit denen? Okay. Ja, mit dem Longarm auf Nahdistanz ist auch irgendwie ein bisschen gut. Ich bin doof. Oh, ein Kill. So, ich renne mal hier in der Mitte rein. Und laufe hier über den Kreis. Ah, schade. Keinen erwischt. Zeit ist vorbei. Ich habe gewonnen. Nicht als erster, aber als zweiter wahrscheinlich. Jawohl. Wenigstens eine Runde gewonnen. Wenigstens eine heute. Naja, heute nicht, aber jetzt sind wir bei den drei Spielen. Ich habe schon viele Runden gewonnen. Deswegen sagt, ja, ich bin schon wieder so aufgepusht gewesen, dass ich nur noch keine gute Spieler spiele. Naja, nur noch keine gute nicht, aber. Naja, ihr wisst, was ich meine. Gut, dann würde ich mal sagen, das war es für heute. Schauen wir uns nochmal diesen Ranking an. 377 Punkte. Ist okay. Kann ich mit Lehm. Besser wie davor. Also, dann war es das für heute. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Mal seid. Bis dann mit euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Bis dann. 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 Bis dann.